Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hochgelobt und angebetet sei das Allerheiligste Sakrament des Altars. Von nun an bis in Ewigkeit. Siebter Tag der Novene heute. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr ganz arm geworden seid, überschütte ich euch mit Gnadenschätzen. Wenn ihr aber eure eigenen Sicherheiten habt, wenn auch nur wenige oder sie sucht, befindet ihr euch auf der rein natürlichen Ebene und folgt dem natürlichen Lauf der Dinge, der oft von Satan behindert wird. Ein Mensch, der immer alles erörtert und abwägt, hat noch nie Wunder gewirkt. Nicht einmal ein Heiliger. Nur wer sich Gott hingibt, wirkt auf göttliche Weise. Wenn du siehst, dass alles komplizierter wird, schließ die Augen deiner Seele und sprich, Jesus, sorge du. Und liebe Freunde, das wollen wir wirklich lernen. Ich sage jeden Tag eigentlich dasselbe, gell? Weil jeden Tag irgendwie stimmt es wieder so. Wir suchen nach menschlichen Lösungen, wir wollen alles so menschlich machen. Aber dann kommen wir in diese ganzen Zwanghaftigkeiten hinein, dass wir alles so selber machen müssen. Und das möchte Jesus eben nicht, sondern er möchte es für uns lösen. Und unser Schlüssel ist sozusagen dieses Sätzlein, Jesus, ich gebe mich dir hin, sorge du. Und ich lade euch wirklich alle dazu ein, dass wir so ganz treu diese Novene weiterbeten. Weil ich glaube, man kann da so viel lernen und man kann da so viel so im Glauben auch wachsen. So im Glauben auch wachsen. Ich möchte das zutiefst. Und ich möchte auch so diese Freiheit dann so haben, ja wirklich frei zu sein. Zu wissen, Gott liebt mich. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Kind, er ist mein Vater und er liebt mich. Das möchte ich noch viel mehr so in mein Leben hineinnehmen. Und dazu lasst uns heute den siebten Tag beten. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mutter, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Jesus, sanft und demütig von Herzen. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. 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 O Jesus, ich vertraue auf dich. O Jesus, ich vertraue auf dich. Sorge du. O Jesus, ich vertraue auf dich. Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Mama, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. O Jesus, ich gebe mich dir hin. Sorge du. Und ich werde sorgen, Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.